Kies, Erde, Eichenholzbretter, Redstone, Zäune, Koda, Kies, Redstone. Den Rest nehme ich erstmal mit, gucken, ob ich damit jetzt handeln kann. So, das Dingens läuft, mit Diamantensatzte. Die Hose, dann gehen wir mal ganz schnell zum Schmärsch. Das ist der Mändler. Wee! Mh, 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 mh. Ja, hier wohnt der Schmärsch. Zwei Diamant, okay, jetzt bin ich leer. Okay, habe ich acht Diamanten mal eben getauscht. Ah, das Erz kann man bei ihm auch kaufen. Aber kein Kobalt, okay. So, Lammet-Mintsoße wird jetzt in die Backen gehauen und dann geht es jetzt wieder zurück. Oh, wer bist du denn? Huch! Da haben wir noch ein kleines Zombi-Kid entgegen hier. Sis? Bin ich das? Bin ich das? Ja, alles. Okay, erledigt. Ich habe ein bisschen rumgestängert hier. Mh, 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 mh. so da ist schon ein bogen in dem haus, ok, den bogen über fange ich hier einen bogen rein so mh, marktplatz mh, Weikler achso, ich habe ja wieder Salz dabei, ne 21 Salz habe ich es ist doch schon mal 21 Salz, und mein Lamin, Minzsoße packe ich auch rein, und oben was Neues dass gibt's oben denn so für eine schöne, neue Sachen zitronengeflügel nicht so 21 stück kann man mal verfressen wir haben noch genug zu futtern da du machst das gut ja klar dafür müssen irgendwann geheimtümer bauen so ich mache hier mal rein hier ob sie die an spinnen weben spinnen auge acht diamanten oder grün schiefer so jetzt gucken wir mal unten was jetzt die ihr wisst schon was machen die werden wische so funktionieren ich würde sie gern übereinander pflanzen hier tut sie noch gar nicht so richtig na gut nichtsdestotrotz könnte jetzt auch ein bisschen laba holen einmal einmal für laba 1234 glaube ich vier stück müssten reichen hier einmal laba ja immer noch ja das mod per kam aber nicht das mod per kam aber nicht nur auszüge daraus wir kommen hier hallo grüß gott so jetzt hat man hier irgendwo jetzt nicht laba gehabt ja hier muss man drum herum gehen hier bei der gang genau hier hinten ist laba über damit es ist gut dass wir unten die laba haben weil hier können wir jetzt so richtig schön ich werde laba ernten ich werde laba ernten so ja gut aus haben wir so viel kies hier weißt du die ganze gelände bei uns war eingebaut haben was das für ein aufwand war gott ich habe jetzt gefunden ja ich werde mich gleich darum kümmern das zeug einschmelzen und für gold gefunden so was hat doch was umpacken wieder rausnehmen ist sowieso sehr schön der links ja jetzt 64 von so machen wir das so finde ich das schön ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen zu spielen und du ne geht gar nicht da kommen wir dann hier müssen wir ein bisschen aufräumen hier müssen sauber ausarbeiten hier alles sauber ist hier dann ist er ganz toll werden kann man kies hier wieder runter sieht gut aus hier so ein bisschen schöner machen hier dann gucken wir mal alles hin hier ganz bereich immer schön bauen vielleicht das wäre noch mal was so gut nach oben hoch sachen wieder rein schweigen warum aber nicht gerade ja gut dann gehe ich jetzt ins bettchen warte noch umgehen was das denn hier vereins ton das ist bald abend das andere tun was sie hier haben ist interessant dass wir hier zwar baue gut ok 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 den tun haben wir dann schön wegen beruhsamkeit abgebaut das ganze so ist ja merkwürdig aber ok den ton 32 ton schon wieder ich musste sagen wenn wir das bettchen gehen wollen es ist ja noch tag kommt jetzt mit bettchen am tag ich fasse es ja nicht so jetzt mache ich mal die schmiede wird ein bisschen heiß 2 doch mehr mitnehmen können ist egal krokodile sind ja auch gemein hier wieso ja es geht ach das kommt hier nur so vor dann gucken wir jetzt noch mal was jetzt die sensbären und machen die wachsen immer noch nicht so wie sie wachsen sollen ok hier Wie mache ich jetzt hier den Fußboden? Der Fußboden soll ja schön aussehen. Ja. Aber es wird schon der Dämmerich in den Schlafen legen. Okay. Oh, jetzt komme ich nicht mal hoch. Weiter. Ich laufe schon. Was suchst du denn an Nahrung? Wir haben ja alles vor Ort. Nein, ich muss ja noch mehr haben. Ich brauche auch noch Reis. Ich will auch suchen. Reis haben wir doch. Ja, da muss man wachsen wieder. Dann lass mich mal suchen. Ich kann nicht genug haben. Okay, ich bin im Bett. Ich auch. Gott sei Dank. Ich suche noch Wassergarten. Wassergarten, oh Gott. Oh, viel Spaß. Ach ich. Ist ab und zu ein bisschen leise. Das verrate ich dir aber nicht. Ja, ja. Und ein anderes Problem? Das ist nicht mein Problem. Was ist alles in Ordnung hier? Bin ich jetzt der beste Lauter? Ja, jetzt hört man sich wieder besser. Und da bist du zu leise. Es wäre ja schon müde, nicht so leise zu sein. Das machen wir was Maschinen auch. Ja, ja. Das ist ja auch. Jetzt muss ich überlegen. Wie mache ich jetzt den Boden? Wie schüssel ich jetzt den Boden hier? Ja. 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 Dann. Ja. Da. Ja. Ja. Ja, du telefonierst dich wieder? Ja. Warum darfst du nicht? Weiß ich nicht. Ja, stimmt, da war ja was. Ich hoffe, dass es bald mal draußen wärmer wird, dass man diese blöden Wolldecken nicht mehr braucht. Also ich brauche keine Wolldecken. Weiß doch, eine Frau schmilzt. Ja, wie der Mann. Ja. Ups, da geht es runter. Das finde ich gar nicht so schön. Nur ein Dolomit hier. Eher kein Schwein gerauchen, ein Dolomit. Da klappert er irgendwo ein Skelett. Ich verschöne hier vorne mal so ein bisschen jetzt den Eingangsbereich zur Mine runter, zu unserer Mine. Das ist doch schön. Da kann man eine Decke hier reinziehen, denke ich mal. Eine richtig schöne Decke mal. Dolomit. Grünschiefer. Hier ist noch richtig schön das Eingangsportal bauen. Teilweise Pflanzen, die hat man noch nie gesehen. Soll vorkommen. Ach, mein Kopf ist so schön. Das ist sowieso. Hier kommt man runter. Cool, finde ich gut. Ähm. Da möchte ich jetzt hier wieder die Lampen abbauen. Die Lampen will ich nämlich hier dran bauen. Wo ich bei den Lampen bin. Da. So. Mit was habe ich das hier gemacht? Mit Dolomit. Also wir brauchen Dolomit. Haus оп� экспatineavour. Danke für die Lampen. Ob es meistens etwas vorgef Kid zu nehmen wird. Mit Was total. zwei schalen stein von irgendwo gehabt schalen stein schalen stein wo gibt sie investen genaisen nein schalen stein das ist dolomit zwei stecks schalen stein hornstein ok schalen stein schalen stein etwas weißes schluff es gibt schluss schüsseln kalkstein schalen stein so jetzt wieder unten wird weiter gebaut so ja schön werden hier unten so immer noch mal alles mit schalen stein ok jetzt können wir ja nasschen ist ja kein problem das war schon schalen stein es gibt doch piranhas denkt dann schwein gehabt eine einzige welche immer getestet habe da war einer aber die machen die aber keinen großen schaden das nicht aber sie nerven schalen stein doch noch nicht so juhu untergefallen nichts passiert alter schalenstein den brauche ich nicht ich wollte ein dolomit haben dieses nether portal hier es ist laut so es ist es 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 ich bin vorsichtig hoffe ich doch na klar ja 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 heißt pack mich füße weiß ja ja Was? Ich musste mal kurz mal so einen Erdfahrstuhl bauen, da überall so hinkommen, wo ich hinkommen will, glaube ich. Okay, jetzt bin ich auf der Hüge. Okay, jetzt bin ich auf der Hüge. Bitte, ich werde mich überhaupt behalten. Damit wird man sich auf der Hüge bearbeiten. Hier unten mal, super aufgekloppt. Da haben wir ein bisschen Dolomite. So, das ist ja auseinander. Das soll ja alles hier Dolomite werden. Haben wir noch Dolomite, Dolomite, Dolomite? Haben wir noch, sehr gut. Okay, die Ecke haben wir. Jetzt gehen wir hier hin. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Schalenstein rein. Was denn jetzt schon wieder? Da kommt immer hinter ihm her, der Schleim. So, das muss ich hier wieder abtragen hier. Dann muss man hier wieder die Erde ein bisschen weiter bauen. Das war doof. Da in die Erde. Ich glaube, das müssen wir eigentlich alles abgebaut haben, oder? Ja, boah, ich sehe schon. Das sieht cool aus, der Eingangsbereich hier. Ich glaube, ich baue das hier. So ein Fenster hier so rein. Ich baue das hier aber zu, dann sieht das schon so schöner aus. Boah, sieht das cool aus. Ich bin weg. Das ist Schalenschein, Schalenschein finde ich doof. So. Oh. 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 muss im wasser mal gucken immer so machen davon vornherein machen sollen wir schneller gegangen aber gut okay könnte das auch gute idee idee super jetzt machen wir die schmerz konkurrenz das gefällt schon mal hier ganz ganz klasse schon wieder pflastersteinrissige pflastersteinziegel das dolomitia alles so so ich bin dafür hier mache ich irgendwas noch mal rein diesen rissigen sind das schöne gesellen mal gemeißelten angesiedelt machen wir einfach mal jetzt cool dann machen wir hier weiter mit dem richtige pflastersteinziegel rissige ein hügelchen rissige steinziegel verkehrt hier mit der riesige steinziegel so 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 turomit was soll ich warten dass das wetter was laut dacht ihr ok kann ich das reparieren gerade in so Mühlchen drin, weißt du? Mühlchen drin, weißt du? Ähm... Ach so, wir wollen mal wieder schüsseln. Richtig, richtig, ganz gut. Ich muss hier raus. Oh, hier sind noch Kokosbäumchen. Ähm... Grünschäfer. Rüssige. Wann noch ein bisschen Grünschäfer? Natürlich nicht. Das ist Tulumi. Schade, zwar keine Grünschäfer hier, aber gut, den kann man sich ja holen. Kann man auf der anderen Seite auch was machen? Wollen wir Schaden schneiden? Nein, Schaden schneiden kann man nicht. Ähm... Nein, kann man nicht, okay. Das heißt, wir gehen kurz runter und holen uns wieder ein bisschen Grünschäfer. Davon haben wir ja genug in der Mine unten. Ja, und was willst du mit dem Grünschäfer jetzt machen? Hier ist irgendwo was. Auch da hinten ist er. Naja... Grünschäfer. Wir haben ja genug Grünschäfer hier. Wie verrückt haben wir hier Grünschäfer. Jetzt... Jetzt... Ah, hast du einen Branja gefunden? Das ist doch nett. Ganz nett? Findest du dich nicht, ne? Nein. Warum nicht? Ärger. Das ist ganz süderlich, Süperan, ja. Ach, das täuscht. Gucken wir auch noch hinter dir her, ne? Ja, dann kommt er hinter dir her. Du kannst dich begehrenswert fühlen. Hat er auch einen Vorteil, oder? Ja, toll. Das ist von gar nichts anderem, oder sowas. Hä? So. 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 Jetzt wieder Schüssel, Grünschäfer. Ich hab doch kein vorherigen Grünschäfer da. Rissige Sachen. Haben wir. Aber... Erstmal hier ordentlich verbauen. Ob man es später braucht, ist eine andere Sache. So. So. Oh. Wenn ich hier mit mir verhende als kleineseroteles binçast. Ich vermuche, es wurde verbreiten.